Auf den ersten Blick, wie ein Fußbodenbelag Restestück aussieht, entpuppt sich als Variante einer Kräuterspirale. Die Vorteile liegen auf der Hand. Es ist eine kostengünstige und platzsparende Alternative zur typischen Kräuterspirale aus Steinen. Entwickelt von einem Leipziger Gartenbauingenieur, hergestellt am Bodensee, ruckzuck aufgebaut und mit drei Schrauben in Form gehalten. Der Kunststoff ist laut Hersteller robust und witterungsbeständig. Die Kräuterspirale zum Aufrollen gibt es in verschiedenen Farbtönen und Größen.